Yo! Willkommen zu diesem Abschlussvideo des Jahres. Diesmal geht es um das Spiel, was ich jetzt hier gerade spiele, nämlich im Entschuldigung weg. Es hat sehr viel von Sinn. Und ja, wenn ich mal drücke, was in den letzten Jahren passiert ist, dann wende ich hier die und dieses Jahr ist wirklich sehr viel passiert, sehr viel Und ja, ist wirklich sehr viel passiert. Ich muss mich hier mal konzentrieren, von wegen diesen Schild hat. Es gibt zwar schon diese Bekommel Chill und Schild die kommen nicht in der Weichheit zu sein. Dafür musste ich dann erstmal wieder zuqueren, weil ich kann die ja nicht während des Angriffs die Charaktere wechseln. Momentan nicht möglich. Deswegen muss ich erstmal wieder zurück. Das ist jetzt wirklich das Schlimmste. 2011 Also dieses Jahr ist das Schlimmste. Ja. Was es hier jemals gab, weil... Weil das... Das ist nicht mehr normal, weil... Das ist wirklich schlimm... Schlimmste. Was es hier... Was es in dem... In diesem Jahr passiert ist. Anfang des Jahres hat es... Mit diesem... Wie hat es angefangen? Ich will... Ich will das ja nicht... Ich will das ja nicht sagen. Es geht mir nicht so, dass... Weil... das... Ja... ... Das ist wirklich sehr, sehr schön. Ich bin da auch nicht, glaube ich. Nicht, glaube ich. Da rüber. Ähm. ja Das war's für mich. Barbara, hast du bereitgestellt? Was? Toh! Ja! Hm! Kannst du jetzt verschillen oder montieren? Hm! 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 Various chapter 3 ... Aspen ... .. Entschuldigt all Dann können die Leute so ein Steck bezeichnen und dann... Dann... ...und... 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 Schlimm... ...und... ...und... ...ja, der Grund ist... ...ja, es... ...ist wirklich sehr, sehr schlimm, dieses Jahr. Und nächstes Jahr wird es wahrscheinlich auch nicht besser werden. der virus wird wahrscheinlich auch nächstes jahr mit dabei sein also ich kann also ich kann echten fassen was in den menschen in der gesamten menschheit also es ist wirklich das schlimmste jahr aller zeiten was ich sagen kann ja das ich auch so mit erfahren was ist aber in diesem jahr passiert ja anfang des jahres hat man das wenig davon gehört und dann ab februar bis Mai war es gewesen da musste man fast drei monate zu hause bleiben oder in sagen wir mal in Quarantäne bis August also nach Mai zum bis August kann man sagen da hat sich es komplett gelockert weil da war es ziemlich warm da war es nicht aber man sollte immer 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 die Maske mitzunehmen und immer diese Sachen mit Abstand pfeifen sich aber nicht an den Leuten verstehen beispielsweise in Zügen und so weiter also ich hab schon sehr viele Tweets bei Twitter gesehen also das ist nicht normal übrigens dieses Jahr ist es auch der schlimmste gewesen so nach nach Oktober beziehungsweise Mitte Oktober November da sind die Zahl von Infektionen angestiegen war ja irgendwelche Covid-Evoten kann ich mal sagen oder Maskenverweigerer sagen wir ein bisschen bloß Aberklauber und so eine Scheiß was ich total finde und dieses Jahr ist wirklich der schlimmste Jahr das ist wirklich der schlimmste Jahr also ich und meine Eltern wir halten uns ja daran und noch schlimmer ist es wir können nur in den Haushaltsmitglied aber wir sind ja schon zu viel wenn ich jetzt mit meiner Scheiß einschätze aber dieses dieses Jahr ist wirklich das schlimmste Jahr ich danke ich bedanke mich dafür an den samtbürger dass sie sich nicht anhalten ich bedanke mich dafür dass ihr daran nicht an den abstand haltet warum nicht reg' ich mich überhaupt auf ganz einfach ich kann meine freundin nicht sehen wegen euch wenn ihr euch nicht daran haltet jedenfalls ich kann nur bloß euch eins sagen ähm dieses Jahr ist wirklich das schlimmste Jahr gewesen bis bis auf äh bis auf äh die wir mal in Zeiten und so weiter also kann ich ja nämlich nicht meckern kann ich ja nicht meckern und so weiter aber nach Oktober äh ich weiß noch nach äh nach August beziehungsweise ab Oktober bis Ende Oktober nach November war es was das Schlimmste aller Zeiten und denn ähm mal anderes Thema über dieses Spiel hier das ist Genshin Impact weil sie hier gerade Spiele Genshin Impact ist ein komplettes äh Kosten und System ich bin schon ziemlich weit gekommen aber ich muss jetzt hier auch sehr viel an den Abenteuer ran sammeln und durch das Update ist hier eine neue Welt also dann kann ich mal auf die Karte zeigen ist eine neue Welt freigeschaltet nämlich der Drachengrad das ist eine komplette Schneewelt und das ist wirklich die gefährlichste Feld also das hier diese wo ich mit mir umkreise und das soll auch noch ein verstecktes Schwert sein wenn man die gesamten Symbole findet die Locations und so weiter aber ich bin mal hier auf die auf das hier auf dem äh Kreide und Drachen weil da lernen wir den neuen Charakter äh also den neuen Charakter kennen und haben bekommen sogar noch ein extra großes Schwert habe ich ähm das war das falsche extra bei dem Hauptcharakter dem weiblichen man kann ja entscheiden am Anfang ob man männlich oder weiblich spielt das ist äh das ist das Schwert das wir äh das hier am Anfang bekommt das heißt Schwert der verdammt nicht ist schon ein gutes Ding könnte man sagen aber wenn man es verfeinert beispielsweise auf dem höchsten Grad aber dann müsste ich da erst mal auf ähm der neuen also auf der neuen Eiswelt also auf dem Eisbium Entschuldigung äh hier die gesamte Zeit ähm die Kristalle sammeln und immer und die Kristalle sie sind ziemlich teuer da müsste ich bei müsste ich das bei Mansionshändler zeigen nämlich ein ein Drachenmarkt der Verderbnis kostet schon 600 von diesen von diesem Material und man kann nur bloß einmal pro Tag einer von diesen Tier 4 Dinger sammeln das geht genauso wie die Wärmetinktur und die Wundertinktur das kostet beides 600 und was mich aber interessiert ist nämlich eine Krone der Weisheit davon habe ich schon eins und ich habe sogar noch ähm den Charakter Fischel gerade jetzt dazu bekommen weil ich da war ja vorerst ähm letzten Update ähm diese komischen Metruinen oder was das ist da konnte man oh sehr gut das ist ein das ist eine Abenteuerstufe hoch leveln aber das ja ich frage mich wie geht das hier überhaupt äh wenn man jetzt beispielsweise einmal so so ein Ding also einmal so so ein äh so ein Schwertprobe schafft kriegt man da ja ne man kriegt nur bloß Belohnungen aber dafür kein 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 Abenteuerrang oder sowas ist leider schade aber ich werde hier weiter versuchen also gut es geht die gesamten Symbole zu finden also die neue also der neue Biom beziehungsweise dieser neue Abschnitt das ist wirklich ein bisschen gefährlich man friert dann insane wenn man jetzt nicht wenn man nicht in Feuer schießt oder sonst irgendwas das kann ich euch ja jetzt so zeigen also man geht direkt ins ähm bei Biom es ist ganz normal wenn man jetzt hier ins Wasser geht dann sieht man hier unten da ist ein weißer Balken oder da kommt ein weißer Balken aus und der das ist ähm dieses hier das ist eine extrem kalt da muss man schon ziemlich aufpassen wichtig ist es hier bei solchen Feuerstellen zu bleiben empfindenswert ist auch mit ähm Feuerelementare hier die Flammen also diese Feuer anzuzünden sonst friedmann friedmann ziemlich ein oder man wird ziemlich kalt es wird ziemlich kalt und man bekommt dann Schaden durch Kälte also das ist wirklich dann ein bisschen krass gemacht worden und meine Konsole geht ab wie ein Düsen ich diesen Baum habe ich befreit äh gibt es solche Kisten also der Permafrostbaum den kann man befreien dann muss man hier diese diese tiefroten Quarz heißen sie und da muss man jedes mal auf dieses auf dieses Ding schwächen und die ähm dieses Quark das macht irgendwie man kann sagen es macht immens Schaden und es äh schützt euch so vor der eisigen Kälte aber die Zeit ist abgelaufen und dann seht's ja halt es wird wieder kalt am besten gibt es auch noch hier diese viereckigen säulen die sind auch empfehlenswert aber hier ist wirklich empfehlenswert mit einem feuer elementar herum zu laufen bei spitzweise beispielsweise drei sind empfehlenswert ich glaube ihm ist es auch noch ganz andere Charaktere haben in die Leck beispielsweise und sie haben uns auch auch feuer schattet ab dies viel empfehlenswerter denke ich und um ich wollte nur sagen das ist mein eigenes Abschluss ich hoffe vor wenigstens gesund gut start ins neue Jahr ich hoffe man sieht euch die Tage und so weiter bleibt gesund macht's gut